HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Der HSV hat ein 30-Minuten-Problem. Das haben wir zumindest im Abendblatt geschrieben nach dem 2-2 am Sonnabend gegen den SC Paderborn. Und darüber wollen wir heute natürlich sprechen in der 217. Folge von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Stefan Walter. Ich konnte gegen Paderborn leider nicht im Stadion sein. Dafür war ich auf einer herausragenden Hochzeitsfeier als Gast eingeladen. Und damit wir diese Runde mit etwas Kompetenz bereichern, haben wir zwei Gäste hier. Zum einen meinen Kollegen Henrik Jakobs. Moin Henrik. Und Stefan, vielen Dank für die Kompetenzeinleitung. Hochzeit, das ist ja wirklich unglaublich. Wie viel der Hochzeit war das jetzt? Wie viele Freunde hast du eigentlich? Ich vermute um die 20. Hochzeit, more to come, sag ich mal. Ja, mal gucken, ob unser Gast da mithalten kann. Kannst ja gleich mal fragen. Ja, wollen wir ihn erstmal begrüßen. Denn neben dir, Henrik, haben wir auch noch einen, der in der Fanszene sich mittlerweile einen Namen gemacht hat. Er ist Stadion-Vlogger, besucht jedes HSV-Spiel und lässt die Fans daran teilhaben mit seinen Videos. Und heute erzählt er uns, wie es dazugekommens und was er vielleicht auch noch vorhat in der Zukunft. Herzlich willkommen, Badia Barati. Moin und danke für die Einladung, lieber Stefan, lieber Henrik. Freut mich, dass ich heute in eurem Podcast dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen. Wir sind so ein bisschen auf deine Videos aufmerksam geworden über YouTube und dachten, das ist doch irgendwie mal ein interessantes Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ein Stadion-Vlogger, hat Stefan gesagt, andere würden sagen Content-Creator. Da gibt es ja mittlerweile auch viele von, die so im Stadion sitzen und da aus dem Stadion berichten. Du bist, würde ich jetzt mal so sagen, aus meiner ersten Recherche heraus, so der erfolgreichste HSV-YouTuber aktuelle, was so die Stadion-Vlogs angeht. Also so bis zu 40.000 Aufführung gesehen hast du so in der Spitze, würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht kannst du einmal so erzählen, seit wann machst du das? Wie bist du darauf gekommen? Erzähl einfach mal kurz. Also Stadion-Vlogs mache ich jetzt seit, ja bald sind das zwei Jahre, im Januar sind das zwei Jahre. Und ich habe ganz lange, lange Zeit, also ich habe gearbeitet, kam nach Hause und habe einfach Stadion-Vlogs konsumiert. Also ohne Ende habe ich mir die angeguckt und war irgendwie total fasziniert, wie die Leute das machen. Und habe mir das auch sehr gerne angeguckt und habe mir aber überlegt, ey, vielleicht kannst du das ja auch genauso oder vielleicht sogar besser, wer weiß. Meine eigene Frau hat damals gesagt, hör auf damit, es guckt sich kein Mensch an. Und ja, irgendwann habe ich dann einfach mal gesagt, ja, wenn du es nicht probierst, dann wirst du es auch nicht wissen, ob es sich Leute angucken. Habe dann mal angefangen und dann habe ich gesehen, ja gut, die ersten Videos gucken sich ja doch ein paar Leute an. Ja und so habe ich das dann kontinuierlich gemacht und auch dann versucht mich zu verbessern. Und mittlerweile kommt das besonders hier in Hamburg sehr gut an. Bist du selbst Hamburger, HSV-Fan auch? Genau, ich bin auch hier geboren. Ich singe auch mit reinem Gewissen immer dieses Lied und mit voller Stolz und ja, macht mir sehr viel Spaß. Das heißt, als du gesagt hast, du hast HSV-Vlogs oder Vlogs im Allgemeinen dir angeschaut, das waren dann auch schon so HSV-Vlogs oder wer waren so deine Vorbilder quasi? Also am Anfang war das alles gemischt, weil ich habe mir auch gerne auch andere Stadien angesehen und andere Vlogger und andere Vereine. Also es macht mir auch sehr viel Spaß und da hatte ich auch keinen HSV-Vlogger, der irgendwie da zu dem Zeitpunkt ein Vorbild war, den ich gucken konnte. Also Visca Barca war da halt das größte Vorbild, weil der war der größte Stadion-Vlogger oder der damit angefangen hat quasi. Da sind ja viele mit aufgesprungen auf diesen Zug, was aber auch nicht so einfach ist, so einen Stadion-Vlog zu machen, muss ich auch sagen. Ich muss zugeben, dass ich auch Laie auf diesem Gebiet bin und mich auch anfangs ähnlich wie deine Frau gefragt habe, wer konsumiert das eigentlich, aber man sieht ja wirklich anhand der Zugriffszahlen relativ transparent, dass doch die Userschaft schon recht groß ist. Ist man denn als Stadion-Vlogger dann auch ausschließlich für einen Verein zuständig? Also hast du mit dem HSV angefangen und willst mit dem HSV auch weiter wachsen oder kann man da auch flexibel unterwegs sein? Da kann man sehr flexibel unterwegs sein. Mein erstes Video ist ja auch in der Allianz Arena, das ist ein Bayern München Video und man kann da komplett, also man kann auch, es gibt auch Stadion-Vlogger, die machen jede Woche einen anderen Verein und haben das dreifache an Zuschauern wie ich. Also da muss man sich nicht komplett an einen Verein binden, aber ich habe da einfach nicht so viel Spaß dran, immer die Vereine zu wechseln, weil wenn ich da nicht so mit dem Herzen bei diesem Verein bin, dann funktioniert mein Video auch irgendwie nicht. Also ich muss da schon irgendwas für diesen Verein fühlen, sodass ich auch meine Emotionen da im Video rüberbringe und das ist das, was die Zuschauer sehen wollen. Ob es dann am Ende für irgendwann mal für hunderttausend Klicks reicht, das weiß ich nicht, aber selbst wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, macht es mir trotzdem Spaß und mache es am liebsten jetzt beim HSV, ja. Dass du emotional dabei bist, da haben wir auch gleich nochmal den einen oder anderen Beweis, also jetzt das 2 zu 2 gegen Paderborn am Wochenende, da warst du auch im Stadion und hast ja dann auch die Tore entsprechend bejubelt, da hören wir gleich nochmal rein. Also du sitzt im Prinzip im Stadion, hast dann eine Selfie-Stange dabei oder wie machst du das? Filmst quasi das gesamte Spiel und dann zwischendrin dich selbst und im Prinzip kommentierst dann? Vielleicht kannst du das mal so beschreiben, wie du das machst. Also nein, Selfie-Stange nicht, das ist auch im Stadion, ich weiß es gar nicht, ob das erlaubt ist, also alles andere als eine Handy-Kamera oder eine normale Fotokamera ist nicht erlaubt, also keine Profi-Ausrüstung und auch kein Selfie-Stick, der vielleicht dem Nebenmann da auf die Nerven geht oder ihm die Sicht verdeckt. Das ist einfach ein ganz normales Handy, also in meinem Fall ein iPhone und das benutze ich auch nur für YouTube, ich habe ein Privat-iPhone und eins für YouTube, weil der Akku ist dein größter Feind in diesem Business. Das ist ein gutes Stichwort, ja. Genau und da filme ich dann die Spielszenen, also all die wichtigen Szenen quasi, ich bin ja eigentlich fast die ganze Zeit am Film, aber mit der Zeit kriegt man da ein besseres Gefühl für, wann halte ich die Kamera drauf und wann nicht. So der HSV wird wahrscheinlich nie ein Tor von der Mittellinie erzielen, da weiß ich schon, erst wenn die so ins letzte Drittel kommen, da kannst du draufhalten. Weil Paderborn jetzt eins fast von der Mittellinie... Ja genau, da war ich schon fast zu spät, aber weil der Raab da gepatzt hat, aber da habe ich das Tor immerhin noch eingefangen, aber ansonsten kriegt man da mit der Zeit ein gutes Gefühl dafür, wann man filmt und wann man einfach gucken kann. Wie viel filmst du letztlich so effektiv gesehen auf einem Spiel von 90 Minuten hochgerechnet? Effektiv ist bestimmt, also bestimmt die Hälfte mindestens ist da ein Videomaterial drauf, das ich dann nachher dann zurechtschneiden muss, also das meiste wird auch direkt wieder gelöscht, also das ist ein Angriff, den filme ich und dann geht der Ball daneben, zack, Video ist wieder weg. Ja klar, und du verdienst auch mittlerweile vernünftiges Geld damit, musst aber noch nebenbei arbeiten, kannst du uns da einmal aufklären und wie wieder vielleicht auch die beruflichen Aussichten sind als Stadionvlogger? Genau, also es gibt natürlich nichts Schöneres, wenn man damit wirklich seinen Lebensunterhalt verdienen könnte, weil das mir einfach am meisten Spaß macht. 20 Stunden lang unterwegs sein und ein Video schneiden und machen macht mehr Spaß als 8 Stunden bei Rewe zu arbeiten, ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann, aber momentan ist das wirklich noch nicht, also es ist wirklich nicht der Redewert, was ich da gerade mit verdiene. Da ist eigentlich bei mir immer noch der Spaß deutlich im Vordergrund als das Finanzielle, weil das kann ich so sagen, man kann es vielleicht gleichstellen wie einen Aushilfsjob ungefähr. Vielleicht kannst du da direkt mal sagen, du warst jetzt letzte Woche dann auch in Kaiserslautern mit Anfahrt, Tickets, Übernachtung wahrscheinlich dann ja auch, es war ein Abendspiel, da gehen ja schon ein paar Euro dann drauf, würde man sagen jetzt vielleicht so 300, 400 Euro, ohne es zu wissen. Refinanziert sich das dann so schon durch dein Video oder musst du da dann schon noch drauf zahlen? Also 300, 300 bis 400 Euro waren es auf jeden Fall nicht, weil ich jetzt mittlerweile sehr früh plane, ich gucke mir die HS4-Spielpläne an und dann weiß ich, weiß nicht, in drei oder in einem Monat spielen wir gegen Kaiserslautern, dann buche ich halt schon ganz früh das deutsche Bahnticket, da habe ich in dem Fall auch die Bahncard, da kriege ich ja nochmal meine 25 Prozent, das geht dann eigentlich voll klar. Und wenn ich dann noch Kollegen habe, die da eventuell noch zurückfahren dann später, wo ich dann noch mitfahren kann und die dann am besten Fall noch einen Firmenwagen haben, wo ich dann auch nichts dazu zahlen will oder nichts dazu zahlen muss, weil die es nicht verlangen und auch nicht annehmen würden und das Hotel buchen wir auch immer sehr früh. Also dann kommst du auf so eine Auswärtsfahrt in Kaiserslautern, waren das jetzt ja so ungefähr vielleicht 150 Euro oder so und das kommt schon fast, fast mit dem Video wieder raus. Also es ist ja so ein bisschen plus minus null meistens. Okay. Das ist ja eigentlich schon mal super, ne? Also das ist ja plus minus null Rechnung, passt ja erstmal, ne? Genau, ich habe gesagt, solange sich das plus minus null verhält mit dem ganzen Aufwand, den ich hier habe und dann noch so viele Zuschauer daran teilhaben können, da bin ich schon fast zufrieden. Natürlich immer noch, wäre es natürlich schön für den Content Creator, wenn er noch ein bisschen mehr daran verdient. Welche Rückmeldung hast du eigentlich auf deine Videos? Also du wirst ja auch fleißig immer die Kommentare konsumieren. Je mehr Kommentare, desto mehr Reichweite, kann man ja auch pauschal sagen bei YouTube. Wie bist du da unterwegs? Ja, das stimmt. Also ich bemühe mich wirklich auf jeden einzelnen Kommentar einzugehen, egal ob der negativ ist oder positiv ist. Weil ich denke mir immer, wenn sich jemand die Mühe macht, sich da hinzusetzen und so einen langen Text zu schreiben, obwohl er in dem Moment eigentlich was Besseres zu tun hätte, als beim YouTuber was zu kommentieren, dann antworte ich da auch immer gerne zurück. Und ja, was so die Likes und Dislikes sich verhält, da kann ich euch mal, so ein durchschnittliches Video hat über 1000 Likes, wenn der HSV gewinnt, weil da sind die Leute mal am besten gelaunt. Und dagegen stehen dann vielleicht so 20 Dislikes oder so 20 Menschen, denen das nicht gefällt. Also da ist schon die Reaktion schon überwiegend positiv auf die Videos. Hast du so richtig mit Hate Speech auch zu tun? Hatte ich, hatte ich. Da kann ich euch gerne noch eine Story zu erzählen. Es gab zwei Videos, die haben mich so ein bisschen in meiner YouTube-Laufbahn geprägt. Das war einmal ein Auswärtsspiel von Bayern München bei Werder Bremen und das Auswärtsspiel vom HSV bei St. Pauli. Da war ich jeweils im Auswärtsblock. Damals war ich noch relativ neu im Geschäft und hatte nicht so dieses Gefühl dafür, wie sensibel diese Ultrafanszenen auf Videos reagieren. Selbst wenn man sie nicht mal wirklich drauf hat, sondern nur rundherum vielleicht ein bisschen Pyrus brennen und sowas. Und da wurde ich schon in den Kommentaren sehr gehatet, also auch wirklich durchbeleidigt. Da gab es auch teilweise Community-Richtlinien von YouTube, die Kommentare, bevor überhaupt die veröffentlicht wurden, also dass andere Zuschauer sie sehen konnten, wurden dann teilweise schon auf Verborgen gedrückt, ohne dass ich da was gemacht habe, weil man muss sich da auch immer an die Richtlinien halten. Da dürfen halt keine vulgären Ausdrücke fallen. Das merkt dann der YouTube-Algorithmus. Meine Frau hat es aber trotzdem gesehen und da fielen auch Ausdrücke wie, das nächste Mal, wenn du dich im Stadion blicken lässt, da schlagen wir dir die Fresse ein, da hauen die Nase kaputt, lass dich bloß nicht mehr da blicken und da blicken. Aber das waren halt auch so Internet-Rambus, wie die meisten sagen, die dann da immer die große Klappe haben. Aber im Stadion habe ich nie was davon gemerkt. Okay, weil das würde mich jetzt auch interessieren, wenn du in so einem Auswärtsblock dann stehst zwischen den Ultras, weil ich denke mal, du wirst nicht mittendrin stehen, aber wie du schon sagst, die reagieren da sehr sensibel. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erlebt, wenn wir so rund um das Stadion mal filmen und da kommen dann die Fans auf den Weg zum Stadion. Da gibt es dann schon mal viele Sprüche, manche werden auch ein bisschen aggressiv. So direkt während des Spiels kommen dann auch dann Fans auf dich zu und sagen, hör auf zu filmen hier, lass das. Oder weißt du, wie du schon sagst mittlerweile, wo du dich dann auch aufhalten musst, um da nicht in irgendwelche Konflikte zu geraten? Ja, mittlerweile weiß ich das sehr gut. Also meine Plätze sind auch meistens mit Bedacht gewählt. Ich habe auch sehr gerne einen Randplatz, wie jetzt vergangenen Spieltag gegen Paderborn, sodass quasi auf der einen Seite keiner neben mir sitzt und auf der anderen Seite vielleicht mein Kumpel, mein Schwager jetzt in dem Fall oder so. Deswegen, ich respektiere das auch. Ich will auch nicht sagen, dass ich da was Gutes gemacht habe. Also ich werde auch nie wieder in irgendwelche Ultra-Fans-Szenen gehen und da filmen. So schieße ich mir komplett selber ins Bein. Aber so, wenn du im neutralen Bereich bist oder selbst auf der Nordtribüne oben, nicht bei den Sternen, gab es noch nie wirklich ein Problem. Also wir halten mal fest, gerade bei Auswärtsspielen musst du ein bisschen vorsichtiger sein im engen Auswärts-Vlog. Da ist natürlich die Überschneidungswahrscheinlichkeit mit den Ultras etwas höher und die Ultras wollen dann natürlich auch ihr Hoheitsgebiet verteidigen. Videos von Pyrotechnik sind nicht sehr erwünscht in der Szene, das wissen wir auch. Bevor wir deine Arbeit als Vlogger weiter vertiefen, wollen wir vielleicht noch einmal kurz über das Spiel am vergangenen Wochenende sprechen. Ich habe die erste Halbzeit zumindest live gesehen, die zweite Halbzeit an den Highlights. Von daher, Henrik, klär mich doch auch einmal auf. Wie hast du denn das 2-2 gesehen? Ja, ich glaube, da muss man erstmal schon mit der Veröffentlichung der Aufstellung anfangen. Ich glaube, da haben sich schon viele so die Augen gerieben. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen, sag mal, was macht der Baumgart denn da jetzt? Also vier Wechsel, das war schon mal erstmal eine große Überraschung. Wobei, wenn man sich jetzt jeden einzelnen Wechsel anguckt, finde ich, konnte man die schon nachvollziehen. Also Noah Katterbach auf links, ich glaube, am Anfang dachte ich noch, der spielt dann irgendwie rechts für Hefti, hat er ja auch schon mal gespielt beim HSV. Aber ich glaube, ich habe das hier auch in einem Podcast schon mal gesagt, Noah Katterbach für mich eigentlich der prädestinierte Schienenspieler. Und ja, auch ein Bundesliga-erfahrener Spieler und ich finde, der kann mehr, als jetzt jede Woche nur auf der Bank zu sitzen. Von daher, dass der mal eine Chance bekommt, total nachvollziehbar. Wenn du aber natürlich dann die Konkurrenz Dom P hast oder Fabio Baldé, der ja auch jetzt, sagen wir mal, ein halbes schlechtes Spiel gemacht hat, davor richtig überzeugt hat, kam das natürlich überraschend. Dazu Emi Sahiti das erste Mal von Anfang an, Adam Karabetz zurück in der Startelf, das fand ich auch nachvollziehbar für Marco Richter, der hat jetzt bisher noch nicht so überzeugt. Und vorne der Wieselke, dass der dann irgendwann mal zusammen mit Robert Glatze spielt, auch klar. Ja, also man könnte jetzt natürlich über die einzelnen Personalien noch sprechen. Insgesamt Paderborn für mich eine der stärksten Mannschaften der Liga. Ich habe auch eine Wette abgeschlossen, kann ich hier verraten, dass Paderborn am Ende der Saison vor dem HSV steht mit einem Kollegen. Und das ist einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft, das muss man vorweg erst mal sagen. Von daher ist so ein 2 zu 2 zu Hause gegen Paderborn schon mal ein Punkt mehr, als jetzt ja in der Vergangenheit oft geschehen. Das Spiel hat mich in der ersten Halbzeit nicht überzeugt, da hat man dann schon gemerkt, dass die vielen Wechsel sich nicht gut auf das Spiel ausgewirkt. Da hat der HSV schon viel Zeit gebraucht, um sich so ein bisschen dann auch vielleicht aber auch auf die Spielweise der Paderborner, da haben sie ja ein bisschen anders mit gerechnet, sich einzustellen. Und dann zweite Halbzeit war es dann ja schon so ein richtiges Spektakel, das hören wir auch gleich nochmal, wenn wir die Einspieler von Badia hier nochmal hören. Da war es dann ein offenes Spiel und am Ende kann der HSV das 3 zu 2 machen, hat es ja auch gemacht, das hat dann zu Recht nicht gezählt. Aber ich glaube, es kann auch genauso gut 2 zu 3 ausgehen, dann ist das Geschrei natürlich schon wieder groß. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, es war natürlich jetzt in der Gesamtsituation zu wenig, weil wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, sind schon fünf Punkte jetzt Rückstand auf den Tabellenführer Düsseldorf und dann musst du natürlich so ein Heimspiel, wenn du aufsteigen willst, gegen Paderborn gewinnen. Und gerade wenn du jetzt diesen Kader hast, ist natürlich ein 2 zu 2 dann auch mit so einer ersten Halbzeit einfach zu wenig. Und ich glaube, das war auch so das große ganze Fazit nach dem Spiel, wenn man die Spieler gehört hat, die alle dann doch eher enttäuscht waren und sagen, das ist nicht der Anspruch, wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir zu Hause gegen Paderborn gewinnen und so würde ich es auch sehen. Du hast jetzt für jeden Personalwechsel individuell gesehen Argumente gefunden, warum man das so machen kann. Es ist ja auch bekannt, dass Steffen Baumgart dann eine Schiene eher ein bisschen offensiver ausrichtet, eine Schiene etwas defensiver, bislang war immer die linke Schiene offensiv, die rechte mit Hefti, aber auch Jatta eher ein bisschen zurückgezogener, das war diesmal genau seitenverkehrt. Zugleich haben Robert Latze und Davy Selke zum ersten Mal in einem Pflichtspiel nebeneinander von Beginn an gespielt. Und da stellte sich mir dann schon die Frage, waren es nicht am Ende, auch wenn du für jeden Wechsel Argumente gefunden hast, aber waren es nicht am Ende zu viele Wechsel, gerade in der Offensive und ich finde in der ersten Halbzeit, die habe ich natürlich auch verstärkt gesehen, aber da hat man das eben auch gesehen, das harmonierte eben noch nicht so sehr. Emi Sahiti hat mal gemerkt, dass die Bindung zur Mannschaft noch nicht so vorhanden ist und gerade wenn du dann einen Neuzugang reinwirfst, dann glaube ich, braucht der auch Halt und braucht auch Leute um sich herum, die genau wissen, was sie zu tun haben und die nicht auch für sich die Aufgabe haben, sich erstmal einzuspielen. Das war so mein Gedanke, als ich das gesehen habe. Absolut, allerdings jeder einzelne Wechsel, wie gesagt, wenn du dir anguckst, Emi Sahiti kommt von Heiduk Split aus der ersten Liga, der hat Europapokal-Erfahrung, da kann man natürlich schon erwarten, dass der in so einem Heimspiel gegen Paderborn dann auch was zeigt und auch direkt funktioniert. Aber ja klar, wie du sagst, am Ende waren es dann vielleicht ein bisschen zu viele Wechsel und vor allem zu wenig Flanken. Also wenn du dann vorne drin mit Glatzel und Selke spielst, dann musst du eigentlich eine Flanke nach der anderen da in den Strafraum schlagen und da sind dann natürlich Spieler wie Baldé, hat man dann ja auch gesehen nach der Einwechslung und Dompey, da kommt einfach dann doch etwas mehr über außen. Ja, da kam meiner Meinung nach zu wenig und ja, Badia, wie hast du es denn gesehen? So aus deiner Sicht oben auf der Tribüne die erste Halbzeit gerade war mit Sicherheit dann auch, auch wenn du filmst und vielleicht dann nicht immer alles so im Einzelnen siehst. Wie hast du es erlebt? Ja gut, dass ihr das anspricht mit den beiden, Davy Selke und Robert Glatzel von Anfang an. Wenn ich das zunächst mal auf dem Papier sehe, dann freut mich, dass es wieder zwei durchschlagskräftige Stürmer und große Stürmer vorne drin haben. Aber wenn ich dann auf die Seiten gucke und mich frage, wer soll die denn füttern, wenn ich da schon so zwei Brecher drin habe, dann müssen da auch die Flanken kommen, dann müssen die Durchbrüche auf den Außen kommen und das sehe ich dann einfach nicht, wenn Karabets oder Sahiti da spielen. Auch wenn Sahiti noch relativ neu ist, ich habe es ja auch im Video einmal gesagt, bin gespannt, was der so drauf hat. Man hat jetzt nicht viel gesehen, er kam auch nicht so richtig zum Zug, auch nicht so richtig in die Dribblings, in die Sprintsituation, wie man das von einem Dompeh, von Jata oder von Baldeh kennt. Und ja, also da ging nicht viel und das sind für mich auch meistens nicht 30 Minuten vom HSV, die dann momentan schlecht sind, sondern eigentlich schon fast eine ganze Halbzeit. Und ich wundere mich immer wieder, wie sie überhaupt auch aus der Halbzeit hinauskommen. Also die Körpersprache, also man überlässt den Gegner direkt in der ersten Sekunde quasi schon fast den Ball und kassiert dann auch im blödesten Fall das Tor, wie jetzt in Kaiserslautern oder wie hier jetzt auch gegen Paderborn. Hat Steffen Baumgart auch hinterher gesagt in der Pressekonferenz, also da muss er offenbar seine Halbzeitansprache mal etwas ändern. Das nervt ihn schon, diese frühen Gegentore nach der Halbzeit und dann läufst du halt zum Rückstand hinterher. Klar, dann kannst du immer noch hochkarätig wechseln und entwickelst auch nochmal eine Offensivkraft. Aber genau das will Steffen Baumgart ja eigentlich in dieser Saison verhindern, also möglichst wenig Gegentore. Deswegen ist ja der grundsätzliche Ansatz auch etwas defensiver. Trotzdem, die grundsätzliche Diskussion ist natürlich, Steffen Baumgart sagt, ich sehe, dass die Spiele spät entschieden werden. Deswegen kommen Spieler wie Dompe dann oder auch jetzt Reis, Königsdörfer erst in der letzten halben Stunde. Trotzdem muss ja eigentlich eine Fußballmannschaft so aufgestellt sein, dass du die besten Spiele auch von Anfang an aufstellst und gleichzeitig hast du jetzt aber diesen Kader. Also das ist, glaube ich, so diese große Thematik, die sich jetzt durch die ganze Saison ziehen wird. Steffen Baumgart hat auch erklärt, warum Dompe aktuell nur 30 Minuten spielt. Er sagt, er trainiert halt einfach so, dass er nicht länger spielen kann. Möglicherweise auch nachvollziehbar und diese Power, die Dompe dann auch die letzten 30 Minuten entwickeln kann, hat man ja in den Spielen davor gesehen, da hat das richtig gut funktioniert. Trotzdem finde ich, wenn ein Dompe fit ist, dann gehört er von Anfang an auf den Platz, oder? Auf jeden Fall sehe ich genauso. Ich würde vielleicht nochmal einmal kurz einen Punkt weiter davor einscheren beim Thema Ludovic Reis. Du hast jetzt gerade Spieler aufgezählt, die man dann am Ende noch bringt, um ein Spiel zu entscheiden. Für mich ist Reis kein Spieler, mit dem du dann nochmal ein Spiel gewinnst. Jedenfalls tritt er aktuell nicht so auf. Für mich stellt sich da ein bisschen die Grundsatzfrage. Und ich glaube, dass die Steffen Baumgart jetzt auch wirklich mal klären muss in den nächsten Wochen. Entweder du gehst mit Reis in die Saison und versuchst, ihn irgendwie wieder stark zu machen. Dann musst du ihm aber auch das Vertrauen schenken und musst eine Position für ihn finden, auf der er dann auch für die Mannschaft wichtig sein kann. Wenn du diese Position nicht findest, dafür gibt es aktuell genug Argumente, weil einfach andere besser sind, Stichwort Jonas Meffert und Daniel Fadli, die prächtig harmonieren auch auf der 6. Dann finde ich, musst du ihn aber auch nicht einwechseln 10 Minuten vor Schluss, weil er dann nicht der Spieler sein wird, der dann nochmal für die Wende sorgt. Stattdessen bleibt Marco Richter komplett auf der Bank sitzen. Klar, er hat jetzt nicht wahnsinnig überzeugt die ersten beiden Spiele, hat aber eine herausragende Schusstechnik. Und bei ihm weißt du halt, wenn er an den Ball kommt, 20 Meter vom Tor, dann kann er da auch mal noch ein Tor schießen. Bei Reis habe ich nicht das Gefühl, dass er der Spieler ist, der für die Wende sorgt. Ganz anders als Jean-Luc Dompet, den du gerade schon angesprochen hast. Für mich tatsächlich ein Rätsel, warum er jetzt nicht von Anfang an gespielt hat. Und auch da, finde ich, würde es Steffen Baumgart gut tun, ein bisschen von seinen Prinzipien abzuweichen und etwas mehr zu tolerieren, dass Dompet kein Trainingsweltmeister ist. Er wird es auch nicht mehr werden, das ist klar. Das wissen wir also jetzt schon, dass er nächste Woche auch nicht herausragend trainieren wird. Auch da muss man sich jetzt die Frage stellen, erwarten wir das von Dompet, dass er diese Leistung im Training bringt? Weil wenn ja, dann wird er nie in der Startelf stehen. Oder tolerieren wir es, dass er sich im Training ein bisschen zurücknimmt? Dafür zahlt er aber dann möglicherweise am Wochenende auch zurück mit seiner Leistung. Da würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl vom Trainer auch wünschen. Also Dompet, mit Sicherheit, da sind wir alle einer Meinung. Bei Reis könnte ich mir vorstellen, gehen die Meinungen etwas auseinander, aufgrund auch seiner Formschwäche, mit der er auch in diese Saison gegangen ist. Er hat dann ja, glaube ich, die ersten Spiele so eher im Zehnerbereich auch gespielt. Da nicht überzeugt. Badia, du verfolgst den HSV ja auch einige Jahre. Ludovic Reis war hier zwei Jahre lang Leistungsträger, ist dann Vizekapitän geworden, dann kam die Schulterproblematik. Jetzt läuft er seiner Form hinterher. Was würdest du sagen, was ist so seine ideale Position? Oder siehst du im Moment überhaupt eine Position, um ihn wieder in die Mannschaft einzubauen? Ja, sehr gute Frage, absolut. Da bin ich bei Stefan. Ludovic Reis ist kein Spieler, der ein Spiel hinten raus noch rumreißt, sondern eher ein Spieler, der ein Spiel hält, wenn wir führen, aufgrund seiner guten Ballkontrolle. Ich meine, der kommt ja aus der Schule von Barcelona. Der kann den Ball gut halten. Der hat ein gutes Gespür dafür, wann er sich dann mal fallen lässt und ein bisschen Zeit rausholt. Aber einer, der dann dynamisch ist und in den letzten Minuten da reinkommt und noch einen Führungstreffer vorbereiten oder erzielen soll, da sehe ich ihn momentan nicht. Und fragt mich auch eben so, wo ist die richtige Position für ihn? Weil an El Fadli und Meffat kommt er da momentan im Mittelfeld nicht vorbei. So mein Empfinden bei Ludovic Reis. Da fehlt ihm auch einfach so, ich weiß nicht, diese körperliche Spritzigkeit ist momentan nicht da. Ich habe immer so das Gefühl, so ein bisschen lustlos, ja komm, dann komme ich jetzt noch für die letzten zehn Minuten rein und wir liegen sowieso hinten oder es steht unentschieden, viel ist da jetzt nicht mehr zu holen. Ja, gerade dieses körperliche ist ja etwas, was ihn eigentlich auszeichnet. Er ist ja jemand, der sehr, sehr dynamisch Fußball spielt, wenn er in guter Form ist. Also so hat man ihn ja gerade so die ersten zwei Jahre erlebt. Und dann gehört er auch von Anfang an auf den Platz, wo es dann noch eher um Zweikämpfe geht. Und da hat er dann ja auch oft überzeugt und dann mit seiner Torgefälligkeit dann auch aus der Achterposition, die es aktuell ja jetzt so gerade nicht gibt, dadurch, dass Elfadli und Meffert auf der Doppelsex spielen, hast du dann noch einen Zehner und die beiden außen. Also das ist eher diese grundsätzliche Positionsproblematik, oder Stefan? Absolut. Ich glaube, die gibt es seit Steffen Baumgart beim HSV angefangen hat mit Ludovic Reis. Seitdem gibt es keine richtige Position mehr für ihn. Er musste da mal rechts hinten aushelfen. Diese Saison wird er verstärkt offensiver eingesetzt, also im Zentrum, aber teilweise auch als Zehner. Alles nicht so die Idealposition für ihn. Ich will aber auch nicht den falschen Eindruck erwecken. Ich nehme auch in erster Linie den Spieler in die Pflicht. Reis muss jetzt langsam akzeptieren, dass er noch Spieler des HSV ist und dass im Sommer sein Wechsel nicht geklappt hat. Und er muss jetzt sich natürlich auch durch Trainingsleistung wieder empfehlen. Trotzdem bleibe ich halt dabei. Dann lässt man ihn halt zur Not mal ein ganzes Spiel lang draußen, wenn man aktuell nicht von ihm überzeugt ist in der Startelf. Aber er ist nicht der Spieler, den du einwechselst, wenn du noch ein Tor brauchst hinten heraus. Das haben, glaube ich, die vergangenen Spiele auch gesehen. Selbst in den Spielen, als dann die Wende noch gelang, siehe Kaiserslautern, da hatte er nicht wirklich damit zu tun, dass das Unentschieden noch erreicht wurde. Deswegen, glaube ich, braucht man da einfach vielleicht auch mal ein klärendes Gespräch, aber definitiv eine neue Funktion für Reis. Und irgendwie muss man die Situation klären, damit er auch wieder wichtig werden kann, weil er ja auch in der Mannschaft, sein Wort hat ja auch Gewicht. Und man sollte sicherlich sich das nicht auch verscherzen mit ihm. Ein weiteres Thema am Wochenende war auch der Torhüter Matteo Raab. Sah insbesondere vor dem 1-2 nicht gut aus. Da ist ihm ein Patzer unterlaufen. Das kann natürlich mal passieren. Macht dann Bilbi ja natürlich auch super, der Schuss aus 35 Metern dann so reinzumachen. Passiert dann vielleicht auch an so einem Tag, wo dir vieles misslingt. In der ersten Halbzeit schon ein Fehler. Da hätte es schon 0-1 stehen können, als ihm dann der Rückpass von Jonas Meffert, der allerdings auch sehr, sehr scharf gespielt war, etwas vom Fuß springt. Da hätte es schon 0-1 stehen können. Und ab da an war Matteo Raab wahrscheinlich auch nicht so sicher. Und ja, dann fiel das 1-2. Können wir einfach mal reinhören, wie Badia in dem Moment dieses 1-2 kommentiert hat. Und dann fiel aber relativ zeitnah danach auch schon der Ausgleich. Wir haben alles mal in einer Szene zusammen. Wie kann man eigentlich solche Scheiß-Tore kassieren? Das gibt es doch gar nicht. Oh mein Gott. Malzum! Malzum! Kommt, jetzt die direkte Antwort. Danke! Ja! Ja! Also erster Kommentar zum 1-2. Wie kann man solche Scheiß-Tore kassieren? Ich glaube, das sind dann die Emotionen in dem Moment. Aber ja, das sind natürlich dann auch Scheiß-Tore. Und kurze Zeit später dann aber auch schon der Ausgleich durch Davy Selke nach der Flanke von Katterbach. Und da hat man gesehen, dein Jubel, deine Emotionen, die lässt du dann auch einfach raus. Dann vergisst du für einen Moment mal, dass du dich selbst filmst in dem Moment. Oder wie ist das so bei solchen Momenten? Ja, also wenn Tore fallen, da vergesse ich wirklich schon, dass ich mich selbst filme. Klar, weiß ich immer noch, das wird am Ende veröffentlicht. Da muss ein gewisser Unterhaltungsfaktor rein. Aber die Emotionen sind im Moment so echt. Also selbst wenn ich das Handy nicht in der Hand habe oder zu Hause vom Fernseher sitzen würde, werden sie wahrscheinlich auch so. Gut, im Stadion nimmt das eine mal noch ein bisschen mehr mit. Ihr wisst es selber, wenn ihr im Stadion seid. Und was das Gegentor angeht. Ich tue mich immer sehr schwer, auch in meinen Videos so auf einzelne Spieler mich einzuhauen. Deswegen spreche ich dann immer von einem Scheiß-Gegentor, wo ich ganz genau weiß, ey, der Torwart hat da gerade einen riesen Patzer sich geleistet. Und bei dem Raab ist es halt so, er hat von der Größe und von den Anlagen das Potenzial, ein guter Torwart zu sein. Aber fußballerisch ist er, finde ich, ein bisschen begrenzt. Und der kommt wahrscheinlich auch sehr viel ins Denken, weil er ganz genau weiß, die Mehrzahl der HSV-Fans steht eher hinter Heuer-Fernandes. Und dass die ihn eigentlich gar nicht im Tor sehen wollen und er jetzt da wieder drinsteht, weil der verletzt ist. Und ja, ist halt immer das Fußballerische bei Raab, was mir Sorgen macht. Sobald er am Ball ist und da versucht, ein kleines Dribbling zu machen, um den Ball nach vorne zu schneiden, habe ich schon Angst, dass der Ball zu flach kommt und dann wieder dem Gegner in die Füße fällt. Hattest du eigentlich schon vor deiner Zeit als Stadion-Vlogger die Spiele sehr emotional verfolgt? Also bist du auch jemand, der dann gerne mal bei Gegentoren ausrastet, bei Toren überschwänglich jubelt, vielleicht auch mal den Controller gegen den Fernseher schmeißt oder gegen die Wand? Also bist das du als Person auch oder bist das du in deiner beruflichen Funktion, wenn du dich filmst bei Toren? Nein, das bin ich als Person. Also wenn ich früher, wo ich nicht gevloggt habe oder nichts mit YouTube am Hut hatte, Fußball geguckt habe und die Mannschaft, für die ich war, verloren hat oder ein Tor kassiert hat, da war für mich eigentlich so der Abend so ein bisschen gelaufen und ich wusste ganz genau, morgen komme ich zur Arbeit und alle, die genau wissen, ja, Badia, der ist ja für diesen Verein, ja komm, den ziehen wir jetzt mal richtig damit auf. Und alle wussten, weil ich da immer so emotional dranhänge, mich kann man da auch gut pieksen damit, wenn die Mannschaft verliert, für die ich bin. Und deswegen, das sind auch so Befreiungsemotionen, ey, es hat geklappt, so die Mannschaft, für die ich war, die hat gewonnen, gerade auch auswärts, wenn ich da mitfahre. Alle wissen, ja, Badia, der ist 600 Kilometer, kann er irgendwo nach Kassel-Lautern gefahren und wenn der dann mit der Niederlage zurückkommt, den kann man dann gut fixen. Deswegen ist man immer sehr froh, wenn man dann nicht mit einer Niederlage nach Hause fährt. Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, diese Emotionen nach so einem Tor, wenn du weißt, du wirst jetzt gefilmt und das wird auch veröffentlicht, dass es ein bisschen unterhalten natürlich auch wirken muss. Gleichzeitig darf man sich natürlich dann auch nicht verstellen, sonst gibt es, glaube ich, relativ schnell Kritik dann auch, so in der großen Fußballgemeinde, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Da werden so Stadion-Vlogger schon mal kritisch gesehen, wenn da so ein bisschen eine künstliche Emotionalität dann auch hergestellt wird. Hast du das auch schon beobachtet? Beobachtet habe ich das, also bei den meisten, die ich jetzt sehe und die dann für ihren Club jubeln, es gibt auch Leute, die jubeln wirklich, also der Jubel dauert dann so zwei Minuten, wo sie dann so sehr rumschreien, dass schon die Leute neben dem dann irgendwann den angucken und sagen, Alter, okay, das Spiel läuft schon weiter. Aber so diese ersten Parts, zehn, zwanzig Sekunden nach dem Tor, wenn man dann für die Mannschaft, ich kann es nicht beurteilen, ob jemand das faket oder wirklich macht. Ich kann es so für mich sagen, dass ich mich da immer tierisch freue und das auch gerne im Video zeige in dem Moment. Können wir ja direkt nochmal reinhören in die 90. plus eins Spielminute. Ja, die Flanke von Balde, wie du da eskaliert bist, wer es nicht hier hört, kann es ja auch bei YouTube sehen, aber wir hören hier jetzt nochmal kurz rein. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit. Kriegen wir hier nochmal den Lucky Punch? Ja, das ist natürlich brutal. Das ist echt brutal. Also man da 30 Sekunden, eine Minute jubelt, man liegt sich gefühlt mit irgendwelchen fremden Menschen in den Arm. War auch zwischendurch zu hören, ein Geschrei, das war nicht du, sondern da kam jemand auf dich zu dann. Ja, das stimmt. Und dann, ich weiß, also ich habe mir dann nachher nochmal ein Video angeguckt und habe auch gesehen, dass der Glatzel gar nicht richtig gejubelt hat. Der Dom P daneben hat auch nicht gejubelt. Die haben das beide schon ganz genau gesehen, weil ich dachte, was ist das für ein Jubel? Da laufen sie so ganz entspannt da zu ihm hin. Die Ersatzspieler liefen aufs Feld. Genau, das hat mich so gewundert. Ich dachte, komm, das zählt doch. Und dann auf einmal, bumm, dieses Geräusch da, was von dem Video ist. Es ist dann auf der Tafel erscheint, da weißt du schon, nee. Aber wir haben auch Pech mit den Entscheidungen, muss man sagen. In Kaiserslautern kriegen wir das Handspiel nicht für uns. Hier kriegen wir es gegen uns. Und andere Gegner, die vor uns stehen, kriegen es immer für sich. Also zumindest die letzten ein, zwei Jahre war das so. Und das frustriert einen natürlich im Nachhinein, wenn man das sieht. Gut, in Kaiserslautern war natürlich die Argumentation des Schiedsrichters, dass der Ball von der Brust oder zumindest vom Oberkörper des Abwehrspielers an seiner Hand gepreilt ist. Und dann heißt es ja, wenn du dich selbst praktisch anköpfst oder anspielst, dann ist es erlaubt. Das ist zumindest kein Elfmeter. Bei Glatzel, da ist halt die Regel, wenn du ein Tor schießt, darf die Hand halt gar nicht im Spiel sein. Du hast aber eigentlich, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, schon gejubelt, als der Ball noch gar nicht im Tor war. Sondern schon bei der Ballannahme von Glatzel wusstest du eigentlich, da kann nichts mehr schief gehen, oder? Ja, ich habe nur gesehen, er hat jetzt den Ball, er steht alleine vom Tor, er kann sich die Ecke jetzt quasi frei aussuchen, zwei Meter vom Tor. War mir schon klar, dass er den jetzt reinmacht. Aber dass der Ball da an die Hand gesprungen ist, habe ich nicht gesehen. Ich tue mich da auch mit der Regelauslegung immer sehr schwer. Also klar, bei der Torerzielung darf vom direkten Spieler, der das Tor macht, nichts von der Hand im Spiel sein, egal ob der von der Brust, vom Oberschenkel oder sonst wo an die Hand springt. Und dann bei der Elfmetersituation wird das natürlich noch einen Ticken anders ausgelegt. Gut. Lässt sich nicht ändern. Ich glaube, keiner ist Freund der Handspielregel, das kann man an dieser Stelle festhalten. Ja, vor allem nicht Toni Kroos, glaube ich, zuletzt, als er nochmal die FIFA-Erklärung, nee, UEFA war es, gehört hat, dass das Handspiel von Kukurella doch tatsächlich geahndet hätte werden müssen. Aber ja, das nur am Rande, diese Emotionen. Aber ich glaube, das ist ja auch so eine Einschaltquote für dich dann, wenn jetzt so ein Spiel 3 zu 2 ausgeht in der Schlussminute. Das passiert jetzt ja auch nicht so oft beim HSV. Ich glaube, zuletzt im Derby gegen St. Pauli, so ein spätes Tor. Und du weißt, alle gehen ab. Dann guckt man sich dieses Video vielleicht nochmal einmal mehr an. Und das sah man dann auch an den Aufrufzahlen. Ich glaube, dieses Video vom Derby gegen St. Pauli war so eins deiner erfolgreichsten, oder? Ja, das stimmt. Also die Zuschauer gucken sich das natürlich wesentlich lieber an, wenn der HSV gewinnt. Oder wenn da irgendwas Krasses passiert. Ein Tor in der ersten Minute, ein Tor in der letzten Minute. Ein Spiel, was schon verloren geglaubt scheint, noch gedreht wird. So was ist dann, das ist ja keine Frage. Auch als Fan guckt man sich ja auch Highlights seiner Mannschaft viel lieber an, wenn die gewonnen haben, als wenn die verloren haben. Komm, die Highlights schenke ich mir heute. Und so ist das eben auch bei den Stadionvlogs. Die Kunst liegt natürlich darin, wenn man Stadionvlogs macht und wenn das Spiel selbst nicht so spektakulär ausgeht, dass da trotzdem noch irgendwas Spannendes ist für den Zuschauer. Einige gucken es ja auch einfach nur wegen dir, weil sie dich einfach gerne sehen. Weil sonst kann sich auch jeder, keine Ahnung, bei den Öffentlich-Rechtlichen irgendwo die Highlights ansehen und fertig ist. Aber einige wollen ja einfach diese Reaktionen sehen von dem jeweiligen Stadionvlogger. Stellen wir ja auch immer wieder fest, unsere Zugriffszahlen auf unseren Artikeln sind ja auch wesentlich höher, wenn etwas Spektakuläres passiert ist. So wie zum Beispiel nach dem Kaiserslautern-Spiel. Da war eben klar, dass das jetzt auch mehr interessiert. Vielleicht sogar mehr als in 3 zu 0, weil dann eben Spektakel einfach vorgefallen ist. Du selbst bist jetzt in dieser Saison bei jedem HSV-Spiel bisher dabei gewesen. Ist das korrekt? Und ist dein Ziel die perfekte Saison? Also alle 34 Spiele live im Stadion dabei? Das ist mein großes Ziel, ja. Ich habe es letzte Saison nicht ganz geschafft. Da habe ich, glaube ich, mit DFB-Pokal eingerechnet, hatten wir 37 Spiele. Ich glaube, ich habe nur 30 oder 31 geschafft. Hängt einfach zusammen, dass ich entweder von der Arbeit da, so gebunden war oder einfach im Urlaub war. So dieses Jahr habe ich jetzt keinen Urlaub da eingeplant, wo HSV-Spiele sind und versuche, das auch wirklich durchzutreten. Ich habe das auch schon in meiner Community auf Instagram kommuniziert. Es kann jederzeit passieren, dass man krank wird oder aus welchen Gründen auch immer, dass man da nicht ins Stadion kann. Das ist ja ganz normal. Aber sollte alles so verlaufen wie jetzt und wenn Gott will, dann bin ich bei jedem Spiel dabei diese Saison. Wie kommst du denn dann in der Regel an die Karten? Also du hast schon gesagt, man plant dann frühzeitig, kümmert sich darum. Ich glaube, bei manchen Auswärtsspielen, wo der HSV kommt, ist ja eigentlich fast immer ausverkauft. Da ist es dann auch nicht immer so leicht, eine Karte zu kriegen. Wie machst du das? Ich danke dir, dass du mir diese Frage stellst. Dann kann ich das jetzt auch mal hier im Podcast sagen. Mein Postfach auf Instagram ist täglich voll mit Fragen, die mir ständig die Frage stellen. Wie kommst du an die Tickets? Wie kommst du an die Tickets? Ich kriege nie welche. Ich kriege nie welche. Ich sage mal, es ist ja kein Champions League Finale oder kein El Clasico. Es ist kein Hexenwerk, aber es gibt, ich sage mal so fünf bis zehn verschiedene Wege, wie ich Karten bekomme. Ich kann es nicht pauschal sagen, dass jedes Mal das der gleiche Weg ist. Entweder es ist über den HSV, über die Mitgliedschaft. Oder es ist über einen Fanclub, der mir eine von ihren Karten verkauft. Oder es ist im größten Zweifel über einen Drittmarkt. Oder es ist über Ebay, da muss man aber ganz vorsichtig sein. Da warne ich auch meine Zuschauer immer wieder vor, kauf da keine Karten, wenn derjenige das nicht auf persönliche Abholung anbietet. Und dass man da irgendwie eine Adresse hat oder einen Kontakt hat, weil man da meistens über den Tisch gezogen wird und die Karten dann fake sind oder schon fünfmal verkauft worden sind, bevor du die bekommen hast. Da gibt es halt eben ganz viele verschiedene Wege. Zumal der HSV ja auch die Karten dann im Zweifel storniert, wenn er sieht, dass sie zumindest für mehr Geld weiterverkauft wurden, als der Einkaufspreis ursprünglich war. Von daher ist da, glaube ich, wirklich eher die Ticketbörse zu empfehlen, wenn wir jetzt über Nachahmer sprechen. Ja, ich hatte das, also ich kann euch da mal eine Story erzählen. Ich war gegen Holstein Kiel letzte Saison, das Heimspiel. Da hatte ich eine Karte über den Drittmarkt gekauft und war dann da im Stadion. Die wurde wohl weiterverkauft, nochmal. Dann saß ich da mit meiner Frau, die war das erste Mal nach sechs Jahren mal wieder im Stadion. Nach 20 Minuten wurden wir vor den Ort dann rausgezogen. Während der HSV-Angriff läuft, dachte ich, wenn da jetzt ein Tor passiert, wie soll ich meine Zuschauer erklären, dass ich das nicht drauf habe? So, und dann ohne Internet stehe ich dann mit den beiden und die kamen aus Norwegen und hatten dann auch die, ich weiß nicht, wie das passiert könnte, aber wurde man halt komplett verarscht. Und dann, ja, konnte ich aber die Rechnung von Eventim vorzeigen oder beziehungsweise meine Haspa, wie ich das überwiesen habe und die hatten dann halt irgendwie dann über den Drittmarkt, weil sie das dann da bei Viagogo gekauft hatten und ja, dann hat halt nur dieses Argument gezählt, dass die dann rausgeschmissen wurden, dass ich mich dann wieder auf meinen Platz setzen konnte. Das war der Wahnsinn, ja. Ja, Viagogo steht auf der schwarzen Liste, von daher hattest du dann bessere Karten mit den Tickets. Da können wir direkt mal aufs kommende Wochenende gucken. Düsseldorf-Auswärtsspiel, Fortuna für alle, also die Karten werden verlost. Trotzdem geht, glaube ich, ein gewisses Kontingent dann auch in den HSV, wahrscheinlich die normalen 10%, 5000 Ticket. Da hast du dann deins jetzt auch schon bekommen, oder? Ja, ja, da habe ich auch sehr viel Glück gehabt und Fortuna hat das ja auch an die Gästefans so weitergegeben, das hat, glaube ich, nur eine Bearbeitungsgebühr von 25 Cent gekostet oder sowas. Ja, das erste Mal, dass ich so gänzlich im Stadion war. In den vergangenen Jahren war es ja immer sehr einfach für HSV-Fans in Düsseldorf ein Ticket zu bekommen. Jetzt hat die Fortuna natürlich einen kleinen Trick angewendet mit dem Modell Fortuna für alle. Dadurch konnte man sicherlich die Anzahl der HSV-Fans stark eingrenzen. Es waren 15.000 vor zwei Jahren oder letzte Saison waren es 10.000. Ich tippe mal, so viel mehr als das Gästekontingent von knapp 5.000 werden es dann dieses Jahr nicht werden, weil die Fortuna eben genau geguckt hat, wo hat man sich registriert. Kommt man aus dem Düsseldorfer Raum oder kommt man aus Hamburg? Von daher war das für dich wahrscheinlich dann eins der komplizierteren Spieler, um ein Ticket zu bekommen. Ja, das stimmt. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich dachte mir, am Ende muss ich wieder über Fortuna. Letzte Saison habe ich ja über Fortuna das Ticket gekauft, also auf der Fortuna Düsseldorf-Seite. Da habe ich dann einfach direkt neben dem Gästeblock irgendwo was bekommen. Das war auch eigentlich gar nicht so schwer, also auch beim regulären Verkauf. Ich würde natürlich viel lieber so bei den HSV-Leuten sitzen, wo man noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen kann, als wenn da zwei, drei Fortunen neben dir sitzen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du sitzt ja auf sehr, sehr verschiedenen Plätzen, gerade so auswärts. Da könnte ich mir vorstellen, hat dann auch nicht jeder andere Gast Lust, dass da ein Vlogger neben einem sitzt und die ganze Zeit das Spiel filmt beziehungsweise sich selbst filmt oder es auch noch kommentiert. Kriegst du da häufiger nochmal Beschwerden von Sitznachbarn, die sagen, hör auf damit? Das fragen mich tatsächlich auch viele, aber das ist in der Realität wirklich gar nicht so. Ich komme in diesen Gästeblock und da sitzen dann, weiß nicht, in der Reihe über mir ein paar Leute, in der Reihe unter mir und ich werde von jedem gegrüßt. Hey, moin, machst wieder ein Video, geil, ich freue mich schon nachher drauf. Also die Reaktionen sind überwiegend die Leute, die mich jetzt sehen, positiv. Nachher im Netz oder unter YouTube-Kommentaren steht dann sowas wie, ja, aber pass mal lieber auf, dass du in dem Gästeblock, auch wenn du nicht bei den Ultras bist, nicht filmst, aber die haben eigentlich keine Ahnung, dass die Leute, die um mich herum waren, alle eigentlich total Bock drauf hatten. Aber ich sage auch immer wieder, wer keinen Bock drauf hat, der kann mich im Nachhinein noch ansprechen, selbst wenn das Video schon online ist. Also das dauert nicht lange, ich brauche nur das Gesicht einmal so umzukreisen und dann heißt es auf, wie nennt man das, der folgt dann die Bewegung dieser Person und verpixelt den dann für die Stellen, wo der dann zu sehen war. Das heißt, aber wenn du deinen Platz einnimmst, dann sagst du den Leuten um dir herum noch kurz Bescheid? Ja, genau, die unmittelbar, also ich gucke dann auf dem Weitwinkel ungefähr, wie viele Leute hinter mir klar zu erkennen sind. Die müssen natürlich auch mal klar identifizierbar sein. Nur weil jemand sich im YouTube-Video selber gut erkennt, heißt das nicht, dass jeder andere den erkennen würde. Das ist ja auch die Grundlage darauf, wie YouTube-Videos gemeldet werden dürfen. Und deswegen sag ich so, ey, pass mal, ich film für YouTube, ist das für dich in Ordnung? Und die meisten sagen, ist mir doch egal. Wenn dann einer strikt was dagegen hat, entweder versuche ich mich umzusetzen oder ich versuche den überhaupt nicht zu filmen oder im schlimmsten Fall im Nachhinein noch wegzupixeln. Inzwischen erkenne ich die Leute natürlich, wie du ja beschrieben hast, wenn du in den Gästeblock einmarschierst, dann melden sich schon die Ersten und freuen sich. Am Anfang war das ja sicherlich noch nicht so, als du eben noch unbekannt warst. Hattest du ein Stück weit, ja, musstest du dich überwinden am Anfang, dich selbst auch zu filmen und auch ein bisschen die Leute in deinem Umfeld mitzunehmen, dass das jetzt alles so auch online geht? Ja, also definitiv. Ich musste mich ja schon überwinden, irgendwo da am Bahnhof zu stehen und ein Intro aufzunehmen. Also wenn ich mich selber gefilmt habe, dachte ich, ja komm, jetzt musst du 30 Sekunden irgendwas labern und der Nächste, der hier mit seinem Kaffee vorbeigedacht, was macht der denn da? Aber mittlerweile ist mir das eigentlich echt egal. Ich nehme mein Intro auf, egal wo, auch wenn da zehn Menschen hinter mir stehen und auch im Stadion, wenn ich da erstmal in meinem Flow bin, dann nehme ich schon gar nicht mehr wahr, wer was neben mir sagt. Und die meisten jetzt beim HSV zumindest wissen, dass ich Videos mache. Auch in Kiel, Hannover, so ich sage im nördlichen Raum habe ich auch relativ viele Zuschauer, die mir folgen und auch gerne auch in Berlin, weil ich da auch schon ganz viele Hertha-Vlogs gemacht habe, also mit Hertha-Beteiligung. Die meisten wissen das jetzt. Stichwort Beschwerden. Vielleicht auch ein interessantes Thema. Die Rechte, was so Videoübertragungen aus dem Stadion angeht, liegen ja bei der DFL. Das heißt, ja, die Rechte werden dann verkauft an Sky etc. Und ich glaube, wir kennen das selbst, wenn wir beim Abendblatt mal so Videoschnipsel veröffentlichen, dann kommt dann auch mal die Post von der DFL und sagt, bitte löschen. Wie ist das bei dir? Das wird toleriert oder hast du dich überhaupt da mal mit beschäftigt, was du da vielleicht ja sogar auch an rechte Verletzungen begehst? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich kenne keinen einzigen Stadion-Vlogger, der da von der DFL oder von sonst jemandem offiziell mal irgendwie einen Brief bekommen hat. Ich habe mich eingeschlossen, habe da noch nie irgendwas bekommen an Beschwerden, warum Videos online gehen. Und das wird da, also wenn die wirklich dahinter wären, dass sie das nicht wollen würden, dann würde auch gar kein Video erfolgreich online gehen. Also es wird meistens direkt schon, ich habe ja das am Beispiel bei der EM gesehen, da brauchtest du nur diese Anzeigetafel oben von der Eurofilm, nur um zu zeigen, wie viel es gerade steht. Und zack, wo wurde das Video runtergenommen. Es wurde direkt mit Rotbewert, Urheberrechtsverletzungen, wie auch immer. Sondern musst du das erstmal schnell rausnehmen, damit du das Video wieder online stellen kannst. Aber Stadion-Vlogs aus der Bundesliga, zweiten Bundesliga, Champions League und sowas, da muss man sich, glaube ich, jetzt nicht im Vordergrund, vornherein irgendwelche Rechte holen, weil es sind ja hunderte von Vlogs, die wöchentlich da ins Netz gehen. Und da hätte schon längst jemand was gemacht, wenn es nicht erlaubt wäre. Das heißt, es ist ja so eine Art Grauzone. Es ist natürlich auf der einen Seite Werbung für die DFL, auf der anderen Seite werden die Rechte eben auch teuer verkauft. Und die Rechteinhaber, in dem Fall ja in der zweiten Liga Sky, hat ja auch ein Interesse, dass das andere nicht auffilmen. Also wie Henrik schon gesagt hat, wenn wir mal bei Twitter eine kleine Videosequenz veröffentlicht haben, dann haben wir natürlich nicht die Reichweite wie du. Und dann haben wir direkt Post bekommen. Aber das heißt konkret auf deinen Fall angesprochen, du hast das jetzt nicht vorher mit der DFL immer abgesprochen, sondern du hast ja gesehen, anhand der anderen Vlogs, dass das eben toleriert wird, dass das in Ordnung ist und hast dich darauf verlassen, okay, die werden sich schon melden, so nach dem Motto, das passt schon jetzt erstmal alles. Genau, genau. Also ich sehe ja, dass bei den aller, allergrößten Vloggern, die ja auch ganz normal wie ich, die haben natürlich die zehnfache Reichweite, aber gehen auch ganz normal wie ich ins Stadion, besorgen sich ganz normal ihr Ticket und Film und da sind auch Leute drauf und die veröffentlichen das teilweise viel, viel früher als ich, weil ich habe keinen Cutter zu Hause, den ich bezahle, der mir das Video nach dem Spiel schneidet, sondern ich mache das ja alles selber und es dauert dann eben seine paar Stunden. Die schneiden das meistens schon in Echtzeit. Also die haben das aufgenommen, das Spiel ist vorbei, Abpfiff nach 20 Minuten ist das Ding online. Ich weiß nicht, wie die das machen so schnell, auch mit der Internetverbindung und alles. Aber das ist ja, also die sind ja teilweise immer früher online, als die richtigen Highlights online sind. Und manchmal, wenn man auch guckt, haben sogar Stadionvlogs mehr Aufrufe als irgendwelche offiziellen Highlights dann von den öffentlich-rechtlichen Sport 1 und wo auch immer. Stimmt, ja. Wie lange baust du fürs Schneiden? Du hast jetzt gerade gesagt, die Profis, die schaffen das schon nach 20 Minuten, die wahrscheinlich auch Personal zu Hause haben. Du selber brauchst ein paar Stunden. Wie viel genau? Also bei einigen Leuten, die es sehr früh veröffentlichen, merkt man dann auch, dass da irgendwie nicht so viel Liebe im Schnitt drin steckt, muss ich auch ehrlicherweise sagen, weil sie dann einfach alles, was sie aufgenommen haben, genauso aneinandergereiht haben und hochgeladen haben und die Schnitte sind dann nicht so sauber. Gut, die großen Influencer, die haben dann schon Cutter, die machen das dann ordentlich und ich brauche dann eben meine vier, fünf Stunden. Wenn es dann ein Abendspiel ist in der Nacht halt, mache ich dann die ganze Nacht durch, lade es dann irgendwann um 8 Uhr morgens hoch und wenn es ein 13 Uhr Spiel ist, wie jetzt gegen Paderborn, dann bin ich um 16 Uhr zu Hause, dann brauche ich meine zwei, drei Stunden und um 20 Uhr ist das Ding online ungefähr. So genau zur besten Senderzeit am Abend, wo dann die meisten auf der Couch sitzen und Zeit haben, sich das anzugucken. Ist tatsächlich ja auch für Leute, die im Ausland leben, mittlerweile eine gute Möglichkeit, dann auch Spielszenen nochmal zu sehen. Also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich war im Februar, März, zwei Monate in Kolumbien, Elternzeit und hatte keinen VPN-Zugang. Das heißt, wenn ich dann mal geguckt habe, wie hat der HSV gespielt, wollte mir Highlights angucken, waren die alle gesperrt, dann bin ich tatsächlich dann auch mal auf dein Video gestoßen und konnte mir dann zumindest mal so einzelne Spielszenen noch anschauen, so aus Interesse halber, um den HSV weiter im Auge zu behalten. Ich glaube, da hast du vielleicht dann auch ein paar Rückmeldungen, die du bekommst aus dem Ausland. Ja, gut, dass du das sagst. Das ist auch mal eine Riesenmotivation für mich, wenn ich da aus dem Ausland diese Rückmeldungen bekomme. Das sind nicht wenige. Also ich habe aus Brasilien schon welche bekommen, aus Thailand und Norwegen und Luxemburg. Und also die HSV-Fans sind ja wirklich auf der Welt auch groß verteilt, auch wenn man das meistens nicht so auf dem Schirm hat. Und das ist für die meistens auch immer die einzige Möglichkeit, dann die Spielszenen zeitnah zu sehen, ohne dass da ein Video gesperrt ist. Oder auch Leute, die wirklich HSV-Fans sind und auch immer ins Stadion gehen, aber zu dem Zeitpunkt mal zwei Wochen im Urlaub sind. und dann höre ich da, ich, keine Ahnung, ich liege gerade am Pool und kann halt schnell die Highlights sehen. Wenn du dich jetzt wirtschaftlicher aufstellen willst mit deinem Vlog, dann hast du ja, wenn ich das richtig überblicke, zwei Möglichkeiten, um Einnahmen zu generieren. Also zum einen natürlich die Monetarisierung auf YouTube, wenn du dann Werbung schaltest. Und zum anderen, wenn du natürlich Partner beziehungsweise Sponsoren mit ins Boot holst, du nimmst ja einige Videos auch in Restaurants auf. Da hast du uns schon vorher verraten, dass du damit jetzt kein Geld verdienst, sondern das ist ja so eine Art Win-Win-Situation für beide. Kannst du uns da einmal mitnehmen, welche Werbeeinnahmen du da vielleicht auch generierst oder wo es hingehen kann? Ja, also ich bin bisher noch nie selber auf irgendein Unternehmen zugegangen und habe gesagt, ey, Sponsor jetzt mal mein Video. Das waren die, die sich dann bei mir gemeldet haben. Hey, wir finden, dein Kanal passt zu uns oder ja, was hältst du von einer Partnerschaft? Da hat man da kurz drüber geredet. Ich meine, es geht jetzt hier nicht um die Riesensummen, das ist einfach ein bisschen um das Video zu unterstützen um mich halt oder mir mit einem, ich sag mal, in Anführungszeichen Taschengeld noch unter die Arme zu greifen, dass das Ticket rauskommt oder die Fahrt rauskommt und ja, wenn das halt irgendwann höher hinausgeht, auch was das Klickzahlen angeht, dann kriegt man dann auch Sponsoren ins Boot, die dann auch wesentlich mehr zahlen. Wenn ich das mal jetzt vergleiche mit einem Rieseninfluencer, die 200.000 plus Aufrufe haben, habe ich mal letztens in einem Podcast oder in einem Stream gehört, dass die unter, also nicht unter 10.000 mit sich reden lassen, wo ich denke, Alter, was sind das denn für Summen? Ich würde mich nicht mal trauen, jetzt momentan zu jemandem zu sagen, ey, gib mal 1.000 für das Video, ne, nehm 10.000, um, keine Ahnung, irgendwie ein Hotelzimmer zu bewerben oder sowas. Das sind schon, ja, da muss schon viel mehr passieren, um da das große Geld damit zu verdienen, muss ich sagen. Und was für Ansprechpartner wären das dann? Wäre das zum Beispiel auch ein Handyhersteller, der dann sagt, hier, sag doch mal, mit welchem Handy du gerade das Video aufnimmst oder wären das Klamottenhersteller zum Beispiel? Also am liebsten, am liebsten natürlich irgendwie Sachen, die wirklich mit Hamburg und dem HSV zu tun haben, wenn ich dann weiterhin kontinuierlich diese HSV-Videos mache, das passt dann auch einfach dazu. Ich kann euch auch sagen, ich habe einen Deal ausgeschlagen, da hätte ich wahrscheinlich sogar das meiste Geld bekommen, was ich, also von allen Sponsoren, die ich jetzt habe, das war bei Dello und ich bin zwar ein Mann, aber ich habe mit Autos echt wenig am Hut. Ich verstehe nicht viel von Autos und da wollte das Dello Autohaus mir einen Deal unterbreiten, dass ich da für deren Leasingprodukte, wo sie einmal im Monat irgendein Top-Auto für einen ganz günstigen Leasingpreis haben, da Werbung mache und dann auch ein bisschen filme und im Gegenzug, nicht dazu, dass ich Geld dafür bekomme, hätte ich auch in die Dello Lounge, die haben ja eine Lounge im Volksparkstadion und da hätte ich auch Spiele quasi VIP kommentieren können. So und dann habe ich mir das aber recht gut überlegt, wo ich dachte, ja, der Shitstorm könnte ein bisschen groß sein, wenn sie denken, ja komm, jetzt ist der Autoha irgendwo VIP und kriegt jetzt auch alles, kriegt auch alles umsonst und ja, den Deal habe ich dann bewusst ausgeschlagen, auch wenn es sich wahrscheinlich finanziell gelohnt hätte. Es gibt ja so ein paar HSV-Stadion-Vlogger jetzt, ich würde sagen, also du bist der auffälligste aktuell, wenn man so bei YouTube den Begriff HSV und Vlog eingibt, dann kommen zumeist deine Videos, aber auch ein paar andere. Kennst du andere Vlogger mittlerweile beim HSV? Ist man da quasi so Kollege oder schon fast Konkurrent? Wie ist da so die Vlogger-Landschaft? Ja, die Vlogger-Landschaft ist beim HSV jetzt, ich könnte die alle an der Hand abzählen, die da, ich sag mal, in Anführungsstrichen regelmäßig Vlogs machen, aber das ist meistens auch eine, ich sag mal, eine gesunde Konkurrenz, weil wenn es nur einen einzigen Vlogger gibt, ich glaube, das ist immer nicht so völlig, als wenn es ein Paar gibt, weil auch Video-Vorschläge hintereinander dann immer kommen. Ich habe ein gutes Beispiel gehabt jetzt bei der EM, da habe ich einen Türkei-Vlog gemacht und dadurch, dass ich selber jetzt kein Türke bin, wäre mein Video wahrscheinlich nicht so gut angekommen, wie wenn in dem Moment fünf, sechs Leute Türkei-Vlogs machen und einer nach dem anderen dann vorgeschlagen wird, weil du dann von dem profitierst, der selber Türke ist und 200.000 Aufrufe hat und du dann immer danach kommst, immer danach kommst und dann am Ende auch mit deinen 30.000 Aufrufen weggehst. Deswegen, ich finde es immer ganz gut, ich kenne auch zwei, drei persönlich, auch von Hannover kenne ich einen Vlogger persönlich, mit dem habe ich letztens auch ein Video gemacht und auch in dieser Saison habe ich es auch weiterhin vor, hin und wieder mal so kooperativ einen Vlog zu drehen, jeder aus seiner Perspektive, aber man ist zusammen unterwegs, geht zusammen vorher was essen, keine Ahnung, ist vielleicht sogar noch im selben Hotel oder so, also ich finde das immer ganz förderlich eigentlich. Du gerade die EM erwähnt hast, also du hast gesagt, du hast bei den Türken dann auch Vlogs gedreht, sagst aber gleichzeitig, die UEFA hat das relativ streng reglementiert, wie hat das dann funktioniert? Die UEFA hat das ja streng reglementiert, in dem du offizielle Werbepartner von denen in deinem Video eingeblendet hast oder die Werbeleinwand, diese Stadionleinwand da gefilmt hast, da habe ich auch bewusst drauf verzichtet, weil ich habe nämlich bei anderen Vloggern, die auch wirklich groß sind und deren Video dann auf einmal nach zehn Minuten runtergenommen wurde, weil das dann, weil der YouTube-Algorithmus oder wie auch immer dieser Computer das festgestellt hat und da war ich auch mal ganz vorsichtig unterwegs, aber ansonsten war das okay und man durfte halt nicht die offiziellen Werbeeinblendungen und Banner und was die da alles an Rechten haben für ihn. Okay. Hältst du es für realistisch, dass du irgendwann mal hauptberuflich YouTuber wirst? Ja, für realistisch halte ich das schon, auch wenn ich immer gesagt habe, selbst wenn ich jetzt mit YouTube dasselbe Gehalt verdienen würde, wie ich in meinem Beruf bei Rewe verdiene, würde ich immer noch mindestens Teilzeit arbeiten, weil was mache ich denn sonst die ganze Woche? Ich bin immer an den Wochenenden unterwegs. Gut, sollte der HSV irgendwann international spielen, wäre das nochmal eine andere Frage, da wäre dann wahrscheinlich auch unter der Woche unterwegs, aber sonst bist du halt immer Samstag, Sonntag, Freitag und was machst du dann den Rest der Woche, dann kannst du auch die Zeit noch positiv nutzen oder produktiv nutzen, um anders Geld zu verdienen. So die Unsicherheit spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, keiner weiß, wie sich die Branche in den nächsten zehn Jahren weiterentwickelt, gibt es vielleicht sogar nochmal eine Pandemie, darf wieder keiner ins Stadion, also da hat man natürlich bei Rewe dann erstmal die sichere Rolle. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, es kann auch sein, dass irgendwann mal die Debatte kommt, jetzt schmeißen wir, also Stadionvlogs sind nicht mehr erlaubt. Was machst du dann so? Dann musst du dir ein anderes Format ausdenken, was auch erstmal wieder Zeit braucht, um anzulaufen. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall und auch interessante Einblicke in deine tägliche Arbeit. Lass uns doch nochmal kurz auf das Spiel in Düsseldorf jetzt gucken, Topspiel am Sonntag, Erster gegen Sechster. Gut, da kann man sagen, ist das ein Topspiel. Klar, Düsseldorf gegen den HSV, das ist auf jeden Fall ein Topspiel und natürlich auch interessant das Trainerduell, Steffen Baumgart gegen Daniel Thun, den Ex-HSV-Trainer. Die Aufstellung wird natürlich auch wieder ein spannendes Thema sein, also Daniel Heuer-Fernandes kehrt ja diese Woche zurück ins Training, wird dann ja mit aller Voraussicht auch wieder ins Tor zurückkehren für Matteo Raab. Bakariata wird in dieser Woche voll ins Training einsteigen. Ich könnte mir vorstellen, da kommt vielleicht dann die Nominierung fürs Spiel noch zu früh, andererseits, also einen Bakariata kann man immer mal gebrauchen, oder? Diese Mannschaft braucht Bakariata, ich glaube, das ist ähnlich wie bei Jonas Meffert, fällt einem immer dann auf, wenn er fehlt, er bringt schon eine enorme Energie mit, natürlich gelingt nicht alles und einige Flanken landen auch mal im Niemandsland, gerade jetzt, wo man großen Wert auf Flanken legt, könnte es natürlich viel noch mal ein bisschen schwerer werden, aber am Ende führt dann doch jedes Mal kein Weg an Bakariata vorbei, also wenn er fit ist, dann spielt er auch. Ich bin mal sehr gespannt, ob Noah Katterbach nochmal von Beginn an und spielt, ich könnte mir vorstellen, dass gerade auswärts beim schweren Gegner in Düsseldorf dann auch eher wieder heftig auf der rechten Seite zum Einsatz kommt, um die Defensive zu stärken, dann ist die Frage, ob man auf der linken Schiene etwas offensiver agiert, vielleicht sogar Sahiti einfach auf die andere Bahn wirft, nach den Aussagen über Dom P, würde es wahrscheinlich überraschen, wenn er jetzt auf einmal dann auswärts auch noch beginnt, schauen wir mal. Ja, Bakariata ist ja auch in der Fanszene sehr, sehr umstritten, einerseits lieben ihn alle, andererseits, wenn er dann mal wieder eine Flanke auf die Tribüne schlägt. Ja, sieht man dann immer wieder in den Kommentaren, Badia, wie ist es deine Meinung über Bakariata? Würdest du ihn schon mitnehmen? Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen. Ich mag ihn auch sehr gerne. Ich weiß, auch in meiner Community ist die Meinung sehr, sehr gespalten zwischen, Yata kann kein Fußball spielen und wir brauchen ihn. Ich finde einfach, er ist da auf außen so eine Persönlichkeit. Er hat da so eine Energie, die er mitbringt, mit seinen langen Beinen und seinen langen Schritten, die er machen kann und auch mal wieder mit der Pike an einen Ball reinkommt, an den anderer vielleicht nicht auf der Außenlinie, den der nicht mehr erreicht. Deswegen, ich finde Bakariata schon sehr wichtig für die Mannschaft und ich würde den wahrscheinlich auch immer in der ersten Elf aufstellen, auch wenn die Konkurrenz mit Baldea jetzt von der Jugend so ein bisschen rankommt. Aber Yata muss mit. Schade natürlich, dass er jetzt gerade verletzt ist beziehungsweise aus der Verletzung kommt. Er ist ja definitiv noch keine Alternative für die Startelf, aber Düsseldorf wäre ja eigentlich sein Spiel. Er wird sich ein bisschen mehr zurückziehen. Rechte Schiene, wahrscheinlich seine Idealposition. Guter Umschaltspieler mit seinem Tempo. Düsseldorf wird zwangsläufig auch mal zumindest in manchen Situationen Räume anbieten müssen. Sie können sich ja zu Hause nicht nur hinten reinstellen. Von daher, ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das Steffen Baumgart sich dann diesmal einfallen lässt. Genau, ich bin dabei fürs Abendblatt und Badia, du bist auch dabei. Wann reist du an? Am Sonntag erst oder früh mit der Bahn? Ja, ich reise sonntagfrüh. Wird schwer aufzustehen. Ich bin am Samstagabend das erste Mal auch bei einem HSV-Fanclub zu ihrer Jahresfeier eingeladen. Ich dachte schon, auf eine Hochzeit, aber das macht ja nur Stefan hier. Nein. Ja, und dann abends oder nachts irgendwie vier, fünf Uhr morgens fahre ich dann los. Damit ich dann noch ein bisschen Puffer habe, weil es ja wieder ein 13.30-Spiel ist, um noch ein bisschen was von der Stadt aufzunehmen. Ich war auch letztes Jahr in Düsseldorf, da war es ja nicht so erfolgreich. Ich hoffe, dass wir diesmal mit drei Punkten nach Hause fahren. Okay, und dann kannst du ja vielleicht schon mal ein bisschen Werbung machen. Ab wann kann man dann dein Video sehen, wenn alles glatt läuft? Wenn alles glatt läuft, dann am selben Abend, so gegen 20, 21 Uhr, wenn ich es schaffe und da die Deutsche Bahn nicht Verspätung hat und alles glatt läuft. Ansonsten dann am nächsten Tag. Aber ich gebe das auch immer in meiner Story weiter für die, die mir bei Instagram folgen. Ja, sehr schön. Dann bedanken wir uns bei dir für diese interessante Auskunft über deine Arbeit. Ich glaube, ein spannendes Thema, was, glaube ich, insgesamt auch in der Fußballszene noch größer werden wird. Ja, wir werden das natürlich auch weiter verfolgen. In der kommenden Woche machen wir allerdings eine Pause. Da ist Länderspielpause und genau, wir melden uns dann wieder in der Woche drauf vor dem Heimspiel gegen Magdeburg. Dann bist du mit Sicherheit auch wieder dabei, oder? Auf jeden Fall. Da habe ich auch schon die Karten. Sehr gut. Das ist das nächste Topspiel dann nach Düsseldorf, auf Magdeburg. Jetzt die beiden, ja, schon auch mit entscheidenden Duelle für den Aufstieg. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Dankeschön. Ciao. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de Slash-Podcast